Hallo und herzlich Willkommen zu Fickt euch ihr Hacker! Mit dabei, Los Broos. Hallo. Von Bronzantinopel. Dann haben wir Mr. Schlanger dabei. Robert. Ja, wir sind wieder da. Und Bimmel. Ne, du bist Bommel, Lars. Hast du das gesagt? Lass dir gleich Hallo sagen. Und Bimmel mit iDespen. Das ist die Stelle, wo ihr Hallo sagen dürft. Hallo dürft. Wo ihr reden dürft. Hallo dürft. Reden dürft, Hallo dürft. Was wollen wir reden? Ja. Despen, man kennt ihn. Despen ist immer zurückgehalten. Zuschauern. Was machst du bei denen? Despen sagt... Die armen, äh, tauben Zuschauer. Was? Ey, der hat FDDH im Klartext. Und was heißt das? Fick dich, du Hurensohn. Ah. Fick deine dicke Hurensohn. War das die Übersetzung oder einfach nur ne Aussage an mich? Nee, fick dich, Hurensohn. Beides. Fick deinen dicken Hasen. Dankeschön. Ohne Scheiße, ich hab's so vermisst, Freunde. Hi Despen, was haben wir hier für ne Taktik? Ähm... Ich hab's gerade ausgedacht. Pass auf, bleib stehen. Okay? Okay, okay. Du hast ein Bart. Läuft. Aua. Kein Problem, Robert? Du hast ein Bart. Ich hab, äh, mich schützentortig geworfen, Stange. Jaja. Krieger, da tüpt einer, ne? Alter, wo? Überall. Äh, okay, wir haben nen dezenten Hacker. Alter, Finne! Ja, der hat gemacht, dass wir nicht rausgehen können, ne? Ja. Ich hab gemacht, dass es stinkt. Einen ganz dezenten Hacker. Echt? Wo denn? Also, in der Killcam... Was macht der denn? Warte mal, ich guck mal grad, was er nicht kann. Schön, dass der Robert gute Laune hat, ne? Es ist fantastisch, wenn ihr die Killcam seht. Es ist fantastisch. Warte mal. Okay. Robert Hacker, du hast ja ausgedacht, du Spaß. Da. Hast du mich verarschen? Kein Problem fürs Carrying. Oder was denn? Der hatte, der hatte Sniper Akimbo. Mit, mit allem... Der hat alles gesehen. Der hat irgendwelchen... Robert, das... Nur weil du jetzt auf zwei Monitoren spielst. Alter. Wahrscheinlich auch die verschlüsselten Pornos auf Premiere. So, dass du einfach richtig Kacke nimmst. Der Robert geht immer nach Arsch. Ui! Hier wird aber irrennt schön hart geschossen. Easy. Was? Nichts. Ach, der liegt da auch. Einer hängt in der Luft übrigens. Einer hängt in der Luft übrigens. Ich bin kein Hacker unterwegs. Ist das so? Doch, war er. Der war gerade so unsichtbar. Der ist noch recht schnell zu treffen. Oh ja, hier hängt einer. Irgendeiner hängt hier... Ja? Ja, ja, die guten Akimbos, ne? Wo lasst du vielleicht... Sniper... 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 Ich kann nicht rausgehen. Einer hängt mal Ai Despen an. Ai Despen an. Lars... Schauen wir uns mal die Punkte an von Ai Despen. Da ist er nämlich nicht so weit unten. Du kriegst das... Dirty Ursel. 51 Minuten Spielzeit. Wir schauen jetzt mal, wie viel der Despen vorzuweisen hat. Ja, gehen wir mal hoch. Der Despen kriegt halt einen Bonus. Ich bin da ziemlich krass in das Spiel. Der Despen hat nur 11 Stunden Spielzeit. Entschuldigung, 51 Stunden hat er. 11 Stunden Spielzeit. Ist aber mal eben, was weiß ich, 3 Millionen Plätze über ihm. Der hat hier nicht rauszugehen. Daran erkennt man eben einen guten Spieler. Der hat einfach das Spiel neu. Ja, muss ich ja wohl. Ja, hab ich auch. Mann! Lass doch ein, du Sau! Amateure! Komm doch einfach rein, du Mane! Lass ein! Sonst hab ich immer... Ich mein, wenn du so mit Despen sprichst, darfst du den Schlange aber auch nicht irgendwie... Lass doch nicht immer ein, du Idiot! Ist der Schlange auch so ein Wichser, oder was? Guck dir das doch an! Ich weiß das nicht mal. Er hat doch noch mehr Punkte als der Despen. Schlange, geh mal ins Prestige. Ne. Das lass ich nicht nochmal machen. 21 Stunden Spielzeit und fast doppelt so viele Punkte wie der Despen. Robert? Ja, da siehst du mal, um wie viel Länge ich besser bin als der Despen. Um wie viel Länge du besser die Show recken kannst. Das Beste ist einfach der Dampfi. Der Dampfi hat da wieder den Vogel abgeschossen mit einem Tag und 20 Stunden Spielzeit. Und ich glaube, nochmal fünfmal mehr Punkte als der Schlange. Hast du dieser Fisch in der Freundesliste? Mhm. 33 Tage Spielzeit. Der ist leicht zu finden, nämlich ganz oben. Okay. Oh! Dicht gefolgt vom Tonart-Game, der ein Drittel der Spielzeit hat. Aber nur halb so viele Punkte. Ja. Oh man. Und die Schlange. Ja, ich hab noch einen besseren. Ich hab einen, der hat drei Stunden Spielzeit. Das ist kurz hinter Schlange. Ich hab hier einen, der hat 53 Tage Spielzeit. Ich hab das nicht mehr bewusst gemacht. Ja! Ja, ja, ja. Und hat nur 30% von der Punktzeit. Okay, wir zwei laufen ja auch kaum Hacker rum. Okay, dafür fliegt mal da zu 30 in den Boden rein. Und du bist immer noch in der Runde, der drin. Boah, Desper. Was denn? Hey, Desper. Ich hab ein 4 zu 4, Alter. Was fährst du für ein Rennen? Ich kann noch nicht rausgehen. Ohne Scheiß, was fährst du für ein Rennen? Mein Robbiskar, ey. Mann, ey. Man konnte nicht rausgehen. Start das Spiel neu. Der ist doch schon drin, Lars. Alles. Ist das der Razzar-Modz da oben? Ja, jeder ist das. Ja, der war das. Ja, der war das. Oh. Sollen wir rausgehen? Ja klar. Nein, wir bleiben drin. Nein, wir fahren nochmal das Rande. Juhu. Neustart. Ich bin nicht spaßig beanlagt. Wisst ihr, warum es so schwierig ist? Das ist richtig. Lass doch jetzt mal einen, der Mann. Willst du drüber reden? Wo bist du denn raus? Wir müssen auch raus. Ich finde, wir könnten jetzt starten. Wir könnten jetzt starten. Wir suchen mal nach Team Deathmatch. Unfähigkeit hat einer. Was für ein Deathmatch? Bist du verrückt? Ja. Du. Oh wow. Welche Lobby werden wir jetzt wohl finden? Favela. Wahrscheinlich die mit der Miesgeburt. Wenn wir Deathmatch reinnehmen, ist auch sehr wahrscheinlich. Ist doch, ist doch schon da. Führ weg dich. Hoppla. 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 Ich mag es, wenn man einfach so ins Spiel reingeschleudert wird mit sechs Personen. Das spricht schon dafür, dass das eine richtig geile Lobby werden wird. Also ich vermisse das Feature aus Ghost, wo man auch andere Spieler finden konnte und dann Spiel starten konnte. Ja, damit die noch hinterher jonglen können, die Wichser. Das war echt ein cooles Feature. Auch im Black Ops gab es das auch. Schön, dass ich den Kollegen direkt YouTube hören. Schön, dass du auf Afghanistan bist. Hä? Ja, ich aber auch. Ich auch. Chillen hier noch eine Runde. Deswegen meine ich, ich vermisse das Feature so, wenn man auch mit seinen Partymitgliedern in ein Spiel reinkommt. Das war, das fand ich ziemlich gut bei Ghost hat. Krieger kauft immer nur einen Partyhut und zieht den dann alleine auf. Richtig arrogant. Wie bist du denn jetzt? Wieso bist du wieder raus, Despen? Hä? Du bist gar nicht bei uns drin. Also ich bin jetzt auf Karachi. Kannst du mich mal einladen? Ich bin auch auf Karachi. Jetzt raus. Da gibt's Karachi. Heute fickt euch Hacker im Single-Bodus, Commander Krieger Only. Ey, ohne Scheiß, Alter. Nicht nur fickt euch hier Hacker, spiel dich du Spiel Lobby, ey. Fick dich du Spiel Lobby, so. Spiel dich du Spiel Lobby, ja. Halt die Fresse, Schlange. Hattest du dich Geburtstag? Ja. Bist du jetzt 18? Ja. Also kann man dir einfach so mal auf die Fresse hauen, sagst du? Kann man auch lassen, ne? Kann man auch gerne mal nachts um... Ich weiß auch nicht. Ja, geh mal raus. Ich glaube, der hackt nicht nur oben. Das ist nur ein Patcher. Das ist nur ein Patcher. Da kannst du springen. Da brauchst du denn ein bisschen Party-Light, ist immer so. Wie so ein Modder oder so. Hat der gerade eben auch so eine Form bei euch verändert, der Typ? Oh Mann, ey. Ja. Das kann doch nicht so weitergehen. Ich will jetzt zocken. Ach. Ja. Na dann! Nein, nein, nein. Ich hab mich als erstes über den Fäcker geschwert, ja? Und dann hieß es erst mal, Ja, nur weil du mit zwei Bildschirmspiels spielst, irgendwelche Podos halten und zwar... Haltet eure Fressen, Alter! Ey, hab ich die gekillt oder hab ich die gekillt beim ersten Mal? Robert, du kennst jetzt plötzlich die Mimimi-Sprache, Robert. Oh, ne Scheiße. Du hast übrigens nicht den Hacker gekillt, du Spacko. Ja, aber der Hacker war ja trotzdem tot. Ich habe eine Frage. Trotzdem hast du nicht gekillt. Ich habe eine Frage! Ach, na. Ja, dann meld dich und hol den Sprecher. Welche... Welche Spiele... ...hab ich euch zugeschickt? Welches Spiel habt ihr? Habt ihr alle mal noch mal für eins? Nein. Nö. Schlange, du hast das noch nicht. MW1? Ich bin ernstiger. Klimatatz. Ich habe... FIFA Street, glaub ich, von dir bekommen. Ich hab Destiny! Battlefield 4 kann ich anbieten. Wir fangen ja eh neu an. Ist dein Vater grad wieder im Zimmer Destiny? Ich hab MW3 gehört. Ich bin der Rotbär. Ohne Scheiß. Und ihr fragt euch, ob du behindert bist, zustande gekommen. Ihr wisst es. Das nächste Mal, wenn wir am See sind, Lars, dann ertränke ich dich zusammen mit Sharky, ey. Ich schwör's dir. Wenn du Sharky ertrinken willst, muss man mir verbrechen. Ohne Scheiß. Ich bin dem Lars, Sharky an den dicken Zeh und ertränkt beide. Ich schwör's euch. Wir sind in der Lobby! Oder bin ich alleine? Nee, alleine. Du bist alleine. Oh, aber da steht... Ey! Fuck the right in the pussy! Fuck the right in the pussy! Nice boy! Das hat mich so abgelenkt, dass ich den nicht töten konnte. Ja. Oh, der hängt auch nicht. Das ist halt weg und... Von wem wollt ihr denn zuschauen, liebe Freunde? Ey, Desmond? Oh, du Hornsorn! Schade, leider. Na, nehm mal Robert. Ja, guck, Ey, Desmond! Der Hacker-Floll! Starke Kanade. Warte, der Lars wieder. Hinter dir, hinter dir, da rechts. Ich hätt fast gesagt, also fickt euch Hecker, hat den Titel absolut verdient, aber... Du wirst so hoch. Warte, was macht ihr denn alles schon wieder? Der hackt nämlich ein bisschen. Nein! Ja, der da! Hacker! 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 Ich bin tot, Robert! Er kann nur hacken! Nein, nein, nein. Das ist jetzt so beleidigt wegen dem Spruch. Muss ich, muss ich um einen... Ne, nicht um den Spruch! Schlange! Immer wenn ich irgendwas sage, dass erstmal in Fragen gestellt wird, ihr Miesgeburten... Mit Recht! Schlange! Halt du bloß die Fresse, Alter! Was ist denn hier das für ne... Ich spüre keine Liebe in dieser Konfi! Weißt du, warum nicht? Was du hier wieder für ne Schärfe reinbringst, Robert? Ich geb dir gleich Schärfe, ich hol gleich die Chili, Alter. Dann hast du ja erstmal richtig Schärfe im Arm. Schlange, bist du auch am hängen, dass du nicht nur her wackelst? Ja, ja, sicher. Also ich glaube nicht, dass es bei den Leuten gut ankommt, wenn die alle so böse zueinander sind. Piep, piep, piep! Die Bombe hält den Plan! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ich hab's dir doch gesagt! Schlange hinter dir! Hier wird ja gelabert! Ich habe es gesagt! Scheiße, Schlange! Da, ist er! Er ist stiller als im Blick! Er läuft so hart da rum! Das Problem ist, ich krieg immer Tipps von Leuten, die schon seit 10 Minuten weg sind. Endstation für dich! Ja, das kann ich auch nicht! Dann siehst du mal, wie unfair das Spiel überhaupt ist! Gib mir mal die Bombe hier! So, okay! Wir bleiben in der Gruppe! Nur in der Gruppe sind wir stark! Ja! Nein, hör auf! Geh weg von mir! Geh weg von mir! Oh, oh nein! Hilfe! Du guckst links! Robert, da ist einer, ne? Links oder rechts? Oh! Also links ist hier der Mülltonnen Gang! Du Mieske! Easy! Boom! Noch einer! Noch einer! Oh! Das ist ein Sniper! Happen! Links! Da ist noch einer! Da ist noch einer! Easy! Angelegts von dir! Oh! Noch mehr oder was? Ja! Drei Stück waren da! Oh! Das Aim! Ja! Aber nur noch einmal! Einmal, du Mieske! Über meinen Aim lässt das! Ich wach! Ja! Ja! Ja genau! Der hätte man aber töten können! Ja, das sind hier schon wieder alle tot da! Das ist schon wieder... Also hier ist schon das zweite Mal Schlange! Der Schrank beschwert sich mal hier, warum alle tot sind! Camp dann erst mal 5 Minuten in seiner Ecke! Spielt da Mau Mau mit seiner Katze! Und dann... Warum sind die alle tot? Mit der Katze eigentlich! Na kein Hund hatte ich! Also... Ich fand das alles logisch, bis das mit der Katze kam! Katze war das frisch an der Katze! Was bist du halt im Missgeburt?! Junge! Silja geht wegen zur Affekt! WTF! Alter! Das ist ja dann noch einer! Schnau! Er schießt einfach los! Schlagschlange! Hi Despen! Hi Despen! Ich sage 10 Sekunden! Nein! Geh weg! Wie kann man so viel Glück haben! Ich kann doch nicht! Ich kann doch nicht! Ich kann doch nicht! Das ist unfassbar! Das ist unfassbar! Hey Gott! Halt die Fresse du miesgeburt! Das kann doch nicht wahr sein, dass er trotzdem noch einen Kick kriegt! Nichts ist unfassbar! Ich mache unsere Vermöge! MHAANNNNNNNNNNNNNNNNN! Das spielt wie der größte Spaß! Mach ich jetzt aus! Das spielt auch wie der größte Behindi! Wir... Dreht den Controller erstmal mal rum! Ich spiel am besten mal mit zwei HINNNNNNNN! ja klar stimmt nicht richtig in die fresse ist ihm egal der bruder was fallen gelassen ja du spielst jetzt wirklich wie ein bobb also krieger bis jetzt spielst du so wie immer nicht einfach in der ecke ja wenig spaß hier halt ne easy weißt du da kriegt er auch noch den hacker easy gute runde robert er feiert sich auch noch ne wow last night witzig gut 0-4 bei 0-4 glaube ich noch ne runde war das nicht ne zweite folge noch ne runde wir sind raus bis zum nächsten mal tschüss robert 0-4